Jo moine Leute, herzlich willkommen zum zweiten Spiel, äh zum Teil 2 von Teil 2 am zweiten Spieltag der UEFA Europa Conference League-Pudition. Saison 20, 22, 23. Los geht's! Alle Spiele live beim RTL Plus und eins auf Nitro. Los geht's! Heute um mein 20 Uhr live auf RTL Plus und bei Nitro. 1. FC Köln schlägt 1. FC Slowakow mit 5 zu 0. Dann Patizan Belgrad gegen OGC Nizza. Das Ganze geht 2 zu 2 aus. Let's Paar Posnan gegen FK Austria Wien. Das Ganze geht 1 zu 2 aus für Wien. Dann Habboel Birchewa unterliegt FC Villareal 3 zu 5. FC FCSB Bukarest spielt gegen RSC Anderlecht 2 zu 2. Dann RIGAS WUTBOLA gegen FUTBOLA Skola Skola unterliegt Hört auf mit Lothian 1 zu 2. Dann Silke Bork IF unterliegt West Ham United 0 zu 3. Und Istanbul Bajacir FK unterliegt AC Florenz mit 5 zu 6. So, das war's vom 2. Teil. Am 2. Spieltag der UEFA Europa Conference League Prediction. Saison 20, 22, 23. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abon, damit wir am Ende des Jahres die 800 AbonnentInnen knacken. So, dann nehme ich das Glöckchen da nicht vergessen. Vergessen drauf zu klicken, dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesen Channel über ein neues Video. Und ja, bis dann gut. Kick. Ciao. Bis dann.